Mitbegründer von QAnon packt aus. Die ganze Wahrheit über die angebliche Verschwörungstheorie. Jetzt bei Nachrichten aus der Postdemokratie. Ja, wer oder was ist QAnon? Ein Er, eine Sie, ein Transvestit, eine Gruppe von Leuten, eine künstliche Intelligenz? Niemand aus der QAnon-Gemeinde hat darauf eine Antwort. Und ich auch nicht. Die hättet ihr wohl gerne gehabt, aber die kriegt ihr nicht. Denn genau so funktioniert das Geschäft mit dieser bescheuerten QAnon-Sache. Irgendwelche Leute oder wer auch immer, die posten da diese kryptischen Nachrichten in ein mehr als fragwürdiges Imageboard im Internet. Und dann fangen die QAnon-Jünger an, diese Nachrichten zu interpretieren. Irgendein Treffer, der ist immer dann dabei. Aber das meiste, was daraus gelesen wird, das ist Bullshit. Zu Ostern, da haben es die QAnon-Jünger so richtig übertrieben. Es hieß aus unterirdischen Tunneln, da würden jetzt Kinder aus den Klauen der satanischen Eliten befreit. Das Internet würde abgeschaltet oder auch das gesamte Satellitenfernsehnetz, der Strom, dreitägige Finsternis. Und dann würden die weltweiten Übertragungen beginnen. Und man würde Zeuge werden wie Hillary Clinton, Angela Merkel, der Papst, Tom Hanks und was weiß ich wer, alle vor Gericht gestellt würden. Und vielleicht sogar direkt hingerichtet. Wer weiß, ja, keine Ahnung. Diese ganze Geschichte ist natürlich nicht eingetreten. Das Internet funktioniert immer noch. Angela Merkel ist leider nicht nach Paraguay geflohen. Was mir natürlich auch lieber wäre. Und so viele andere Dinge, die sind auch nicht eingetroffen. Und wie bescheuert muss man eigentlich sein, um so eine Kacke zu glauben? Tut mir leid, man kann das wirklich nicht anders ausdrücken. Allein schon diese idiotische Geschichte mit den Fußfesseln. Hillary Clinton, die würde eine Fußfessel tragen. Das hieß es schon vor zwei Jahren. Und Obama und was weiß ich wer. Und Angela Merkel, die sei schon verhaftet. Und bei der letzten Sitzung vor Ostern im Bundestag, da gingen auch so Nachrichten durchs Internet. Ja, die findet gar nicht mehr statt. Die wird abgesagt und die Abgeordneten werden alle verfrachtet. Und ich weiß nicht was, ja. Äh, habt ihr eigentlich komplett den Verstand verloren? Warum tretet ihr nicht gleich bei Scientology oder den Zeugen Jehovas ein? Da wird auch so ein Mist erzählt. Ja, oder geht wieder zur Bild-Zeitung. Da kommt auch jedes Jahr Nostradamus, was uns dieses Jahr erwartet. Jedes Jahr kommt irgend so ein Kasper oder ich glaube 10, 20, 30 verschiedene Autoren auf die Idee. Wir müssen jetzt mal wieder Nostradamus lesen. Ja, kein Mensch weiß, was er da in seinen Vierzeilern, die er da hinterlassen hat, was er damit gemeint hat. Aber die entschlüsseln das und jeder hat dann wieder einen neuen Code oder jemand hat einen Bibelcode. Der Nächste hat einen Korankode. Und Mensch, vergessen wir doch einfach diese Scheiße. Die wahrscheinlichste Erklärung für mich, was hinter diesem QAnon-Phänomen steckt, ist folgende. Wahrscheinlich ein Geheimdienst, der eine Psy-Op durchführt, eine False Flag oder wie auch immer ihr das benennen wollt, um eben solche Verschwörungstheorien, was ja per se nichts Schlechtes ist, einfach diskreditieren sollen. Genauso wie diese flache Erde-Community, die nichts Besseres zu tun hat, als irgendwelche Theorien darüber aufzustellen, dass die Erde nicht rund sei, kein Globus und flach, dass wir unter einer Glocke leben und von Kugelerde-Faschisten sprechen. Das bringt wahnsinnig viele Klicks bei YouTube und es gibt Internetseiten, es gibt Leute, die halten Seminare darüber ab. Die laden dann irgendwelche Dozenten ein und kassieren dann ein Schweinegeld für diesen Mist. Kann man alles machen, muss man aber nicht. Aber mit dieser QAnon-Geschichte, das geht nun wirklich einfach zu weit. Das ist Blödsinn. Es gibt keinen Erlöser, der daherkommt und jetzt hier die Welt befreit oder sonst etwas befreien. Müssen wir uns selber und befreien könntet ihr euch von dieser bescheuerten QAnon-Geschichte. Und wenn ihr das bei euch nicht könnt, dann könnt ihr das wenigstens bei mir und lasst mich in Zukunft damit in Ruhe. Danke.